Herzlich willkommen, wir sind wieder back, wir befinden uns heute in Elsbäten, Salzburg, am 3 Stunden, 3x40 Minuten habe ich jetzt gehört, Rennen, gell? Heute, mein erstes Rennen ohne Darks Factory, wisst ihr das eh? Ich zeig jetzt mal her, wer hinter der Kamera steht, oder? Das ist unser Fahrleife im Mai, es ist immer 60. Mai, also alle da. Wir fahren heute mit deinem Gerät, Mario, gell? Ja! 74 km? Ja! Gibt es Erfahrungen? Erfahrungen ab 3 Stunden? Nein, ich nicht! Es gibt eigentlich nur Erfahrungen für die Umsurreihe rein an die 4 Stunden Flussfahrungen. Das heißt, die erste Bildungssumme werden stark sein, dann schauen wir weiter. Nein, wir müssen an der Strategie feilen! Ja, wir sind jetzt mal vier, es ist eine Anmeldung, das Training ist schon im Gange, wir sind in den Sportraum, gell? Stars kommen immer manchmal später. Das war so von Dauern, so gehen und so weit zu fahren. Ja, also schauen wir mal vier. Jungen? Ja! Ja, ich mach dich nicht! Super! Ich mach dich nicht. Sch Sind die Frage. Danke! Wie ist das? Es ist der Autor. Das war gut, Alter. Das war's. Wir müssen mehr dosieren, ist klasse, ich habe nicht so viel Leistung für den Boden, ich bringe die Leistung gar nicht am Boden. Ja, es radiert nur alles. Ja. Ausstrichzer habe ich mal geschaut, ich bin nicht dazu gekommen, aber Leistung ist genug da, ja. Geht richtig gut. Es ist super, du da warst. Also, wow, 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 ja, und so ist jetzt irgendein, was ich jetzt gar nicht gesagt habe. Also, so jetzt für die Verhältnisse war es super jetzt eigentlich, nicht? Gell? Ich weiß nur nicht, haben die anderen Fischer, die schaut es im Vergleich aus. Ja, super eigentlich, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, der wird viel früher heute. Ich hätte die ganze Strecken im Treff fahren können, glaube ich. Willst du sein? So, Training vorbei, Mario, die haben es nicht mehr reingelassen, hm? Nein, leider. Leider. Marcel, wird das ausgeschaut von außen? Schnell. Schnell? Ja. Aber die Leistung war immer nicht ganz am Boden. Nein, aber das ist eh für alle gleich. Ja. Grillprobleme. Buffalo, deine ersten Eindrücke? Okay. Ja, anspruchsvoll. Anspruchsvoll? Wie kommst du recht, Mingatsch? Schwierig, schwierig. Schwierig? 50 Euro wären wir heute lieber. Ja. Okay. Aber du kannst den Gashauern auch dosieren, dann hast du auf einmal Nummer 50, glaube ich. Ja. Das geht auch. Aber die geht auch von gut. Gut found. Zuerst, dass sie fast nicht da sehen, gell? Nein. Das ist ja nur so. Ja. Das ist wild. Schach ist. Schach ist auch dabei, hm? Ja. Und wie schaut's aus? Wie geht's bei euch? Hat schon eine Hilfe nochmal. Ja. Wie ist das Gefühl? Jetzt sind wir drauf in den Träger, aber sonst? Ja. Passt. Ich hätte ein paar von euch schon gesagt, ich habe 50 Kubik geworden. Besser zum Fahren. Waren heute gemütlicher, gell? Ja. Wo würde bis jetzt alles gefallen, gell? Wie schießt? Wie schießt? Schaut nichts. Schauen wir mal. Wenn sie die Dings schafft oder eine Racing Division, dann schafft sie es auch. Ja, aber ja. Naja, nicht alle. Die Kettel fahren, wenn es das überlebt hat. Ja, die Kettel fahren, wenn es überlebt hat. Ja, die Kettel fahren, wenn es überlebt hat. Aber der wird ja wieder viel da eigentlich. Ja. Wären wir schon wieder Moral für machen, gell? Ja, sicher. Das拳 hatte ich immer mehr Jazz. C necessity und keine Jungen auch noch so viel aber ist. Es ist ja was lieb. Hoh, 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 Hoh. Wie schaut das aus? Der schraubt schon! Zeig mal, was du draugest. Oder Dreckschutz ist auch schon drauf. Ja, der ist wichtig. Und es ist eine zölle Leute, wie es heute hier im Training gegangen ist. Schwierig, die Mannschaft. Von gestern ist es angeplattet. Extrem rutschig. Wer fährt alle? Du? Alle, die schon dreckig sind. Wird schon. Wird schon, oder? Das hat immer der, der draußen hat alles, oder? Ja. Das sind die wichtigsten Dinge drin. Falls, irgendwo weiß ich, das Gerät stein bleibt. Aha, ja. Erster Hilfe-Koffer. Genau. Aha, ja. Trott, Kerzenschlüssel, Kabelbänder. Ja, alles was man eignet für einen Schnellreparator. Nur brauchen kann. Nur neue Kerzen. Aber ich muss echt ein bisschen nicht gehen. Brake-Walker. Oder wie fängst du da vom Rand? Das ist jetzt auch schon. Hä? BisPLMisch. Bis zum nächsten Mal. Wirklich. Bis zum nächsten Mal. Vamos gerne drauf! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Till der ersten Mal sind euer Liste inchiert! Und durch Use Hannity. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020